Hallo, mein Name ist Michael Barkhausen. Ich bin der Ausbildungsleiter hier am Flugplatz in Neumünster für die Motorflugschulung verantwortlich und wir haben uns für dieses Jahr für alle Familien mit Kindern was ganz Besonderes ausgedacht, nämlich das erste Drachenfest hier am Flugplatz in Neumünster. Ich muss zugeben, wir sind tatsächlich überrascht von dem Ansturm. Es war deutlich mehr oder es ist deutlich mehr, als wir ursprünglich gedacht und vermutet hatten. Wir freuen uns darüber natürlich sehr und ich kann jetzt schon sagen, es wird im nächsten Jahr, Anfang Oktober, eine neue Auflage geben und sicherlich auch noch ein paar Sachen bis dahin verbessern. Bis zum nächsten Mal.